Musik Kajore! Kajore! Ja, ich bin doch nicht schwerhörig. Kommen Sie doch mal rein. Was ist denn? Da ist jemand am Apparat. Wer stöhnt nur? Was? Wer stöhnt? Das weiß ich nicht. Hallo, Jore. Wer ist da? Ursula? Bist du es? Ursula, was ist denn los? Ich verstehe kein Wort. Wie sprichst du denn? Ist was passiert? Von wo sprichst du? Was bist du? Verletzt. Was ist denn passiert? Wo bist du? Sprich langsam. Sprich deutlich. Wo? Pestalozzi-Straße. Was machst du denn in der Pestalozzi-Straße? Der 5B, dritter Stock. Weimann? Ursula. Ursula! Kann ich die Papier für den TÜV haben? Aber jetzt doch nicht, Panos. Herr Hore, was ist denn passiert? Meine Frau hat's. Meine Frau hat's. Irgendwas ist mit dir. Sie ist verletzt, oder? Verletzt, verletzt. Ja, eure Stimme war kaum verständlich. Sie sagt, versuchen Sie, meinen Bruder zu erreichen. Ja. Er soll sofort in die Pestalozzi-Straße kommen. Nummer 5B hat er stoppt. Irgendwas ist da mit meiner Frau. Ja, es ist gut, Herr Hore. Rufen Sie auf den Arzt und die Polizei. Ich fahr schon los. Ach, ist die Polizei? Ja, sie ist verletzt. Was ist denn los? Weiß ich ja auch nicht. Ich hab doch gesagt verletzt. Herr Hore? Wer ist denn da? Frau Wendt. Ja, was gibt's denn? Was? Langsam. Dann seien Sie doch nicht so aufgeregt. Ich verstehe ja bloß die Hälfte. Was? Meine Frau. Ursula. Ja, sie hat angerufen. Sie sei verletzt. Also ich soll Sie anrufen, einen Arzt und die Polizei. Was ist denn passiert? Ich mein, da muss doch was... Wie ist die Adresse? Pestalozzi-Straße. Aber wieso Pestalo... Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich fahr sofort los. Hier, ruf den Arzt an. Dr. Steffen, Nummer steht drin. Kann ich jetzt die Papier für den Schiff haben? Hallo? Polizei? Polizei? Das war's. Ursula! 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 Ist es hier bei Weimann? Was ist denn los? Ich weiß nicht, ich habe einen Anruf bekommen von meiner Frau. Ein Hilferuf. Sie hat diese Adresse angegeben. Aber es macht keiner auf. Was ist denn das für eine Wohnung hier? Ich weiß nicht. Wer ist denn Weimann? Das ist der Mädchenhörme meiner Frau. Hat die Frau hier eine Wohnung? Ich weiß nicht. Aber wenn das hier ihre Wohnung ist, dann habe ich bis heute nichts davon gewusst. Und sie hat diese Adresse angegeben? Ja. Ich frage, ob hier ein Hausmeister ist. Gibt es hier einen Hausmeister? Ja, unten im Patern. Müller heißt er. Ich hole ihn auf. Da ist nichts mehr zu machen. Ich sage Bescheid. Kennen Sie diese Frau? Ja. Das ist Frau Weimann. Nein. Das ist Ursula Horrath. Meine Frau. Mein Gott, was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Ja. Bitte verlassen Sie die Wohnung. Und rühren Sie nichts an. Ja. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Ja, die Mordkommission. In die Pestalozzi-Straße 5b. Bei Weimann. Was ist denn hier passiert? Da ist jemand ermordet worden. Wer? Ich meine, wer wohnt denn da? Wer da wohnt? Eine Nuttemund da. Sag das nicht. Ich möchte da nicht ein. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Das ist mein Bruder. Ich wurde angerufen. Ich soll sofort hierherkommen. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Ursula ist tot. Ist tot? Da drin. Auf dem Bett. Auf dem Bett. Auf dem Bett. Ich rufe dich. Kann ich Sie mal sehen? Bitte. Aber rühren Sie nichts an. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Dritter Stock. Danke. Meine Frau ist kein Interme gewesen. Wer sagt das? Wie kommen Sie darauf? Die Leute im Haus sagen das. Ach, was wissen die Leute von meiner Frau? Ja, vielleicht mehr als Sie, wenn man den Leuten glauben hat. Ach, die sind doch verrückt. Total verrückt! Eberhard! Beruhige dich und überlege. Was soll ich überlegen? Was das hier für eine Wohnung ist. Also ich habe nicht gewusst, dass ich hier eine Wohnung hatte. Hast du das gewusst? Nein. Guten Tag, Harry. Grüß dich, Stefan. So wie es aussieht, ist Folgendes passiert. Diese Frau ruft ihren Mann an, sagt, dass sie verletzt ist, stöhnt, nur schwer verständlich, bittet ihren Mann um Hilfe und gibt ihm die Adresse, weil er die vorher nicht kannte. Ihr Mann verständigt die Polizei, kommt her zusammen mit der Polizei, öffnen die Wohnung und finden die Frau so, wie sie da liegt. Ist sie während des Telefongesprächs gestorben? Ja, ich rief, Ursula, was ist denn? Aber plötzlich war Stille. Absolute Stille. Auch das Stöhnen, das Atmen, hörte ich nicht mehr. Da wusste ich, dass etwas Schreckliches passiert war. Ich habe zu meiner Sekretärin gesagt, rufen Sie sofort meinen Bruder an, die Polizei und einen Arzt. Ich bin losgefahren. Ich war ganz sicher, dass etwas Schreckliches passiert war. Sie sagte also nur, ich bin verletzt und... Hilf mir. Hilf mir. Sie gab keinen Hinweis oder hat einen Namen genannt. Nein, sie war nicht in der Lage. Sie wollte noch etwas sagen. Mehr sagen. Diesen Eindruck hatte ich. Aber dann diese schreckliche Stille. Herr Hochauer, wir haben inzwischen festgestellt, dass Ihre Frau tatsächlich eine Prostituierte war. Sie ist registriert, sie hat die vorgeschriebenen Untersuchungen eingehalten und äh... Sie haben das alles nicht gewusst? Nein. Ich glaube es auch nicht. Ich kann das einfach nicht glauben. Wie lange sind Sie verheiratet? Seit einem halben Jahr. Ach, seit einem halben Jahr erst. Ja, wir haben uns im Urlaub auf Mallorca kennengelernt. Und sie hat Ihnen nicht gesagt, was sie tut, wo sie wohnt? Sie sagte, sie sei Sekretärin und wohne in Düsseldorf. Haben Sie das nicht nachgeprüft? Nein, warum sollte ich? Wo haben Sie denn geheiratet? Hier in München. Ja, dann musste sie ihre Frau doch Papiere beibringen. Ja, hat sie ja. Die waren in Ordnung. Alles war in Ordnung. Hat Ihre Frau Verwandte? Nur noch Ihre Mutter, sie lebt in Düsseldorf. Und dass sie hier in München eine zweite Wohnung hat, das hat sie ihn verschwiegen. Ja. Ich wusste nichts davon. Ja, ich kann ja nicht was zu trinken haben. Das ist ja völlig fertig. Ja, ja. Können wir einen Cognac haben, bitte? Was sind Sie vom Beruf, Herr Hauer? Technischer Angestellter. Sie wurden heute Mittag angerufen, nicht? Tja, Frau Wendt, die Sekretärin meines Bruders, rief mich an und sagte, was da passiert sei. Bitte wiederholen Sie einmal, was sie gesagt hat. Nun, sie sagte, dass meine Schwägerin angerufen habe, dass sie verletzt sei. Genau wusste sie auch nicht, was da los war. Mein Bruder lasse mir ausrichten, ich solle sofort in die Pestalozzi-Straße kommen. Das habe ich getan. Ja, und von allem, was ich da jetzt erfahre, bin ich genauso überrascht wie mein Bruder. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass Ursula... Auch Sie hatten also keine Ahnung. Nicht die geringste. Und die Wohnung in der Pestalozzi-Straße? Ich musste erst auf dem Stadtplan nachsehen, wo die Straße überhaupt ist. Entschuldigung, kann ich ihn nach Hause bringen? Na ja, tun Sie das. Danke. Eine verrückte Geschichte. Lernt jemand im Urlaub ein Mädchen kennen, verliebt sich, heiratet sie und hat eine Nutte im Nest. Da ist die Frage, merkt man sowas nicht? Ja, das ist tatsächlich die Frage. Findet er was? Wir schauen gerade Ihre Bankauszüge durch. Sie hat zwei Konten gehabt. Eins ist aufgelöst worden, nachdem sie ungefähr 50.000 Mark abgehoben hat vor einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr? Da hat sie geheiratet. Er hat das Geld mit in die Ehe gebracht. Was mit dem zweiten Konto? Na, wenig Geld. Keine Bewegung, weder Einzahlung noch Abhebung. Aber wir müssen davon ausgehen, dass sie weiter tätig gewesen ist, oder? Ja, das müssen wir wohl. Bargeld habt ja keins gefunden. Auch keine Notizen, Eintragungen, Namen, vielleicht Telefonnummern oder was? Nein, absolut nichts. Nichts Privates, außer diesem Mietvertrag, der jetzt ausgelaufen wird. Was denn abgeschlossen war? Zwei Jahre. Augenblick bitte. Stefan? Ja? Ich rufe gerade die Frau an. Sie kennt Ursula Beimann. Scheint der Kollegin zu sein. Was will sie denn? Sie hat gehört, was passiert ist und möchte uns sprechen. Na also, da läuft doch was. Wir haben gar nicht ausgemacht, wie ich Sie erkenne. Aber das ist nicht nötig. Man sieht es einfacher. Ach so, einfach ist das? Sagen Sie, was ist das hier? Oh, ein Freizeitzenter mit allen Schikaden. Oh, und Sie sind eine davon? Ja, bin ich. Dürfen Sie einen ausgeben? Na, wenn es sich gerade Champagner isst, was möchten Sie trinken? Nein, nein, ich nehme einen Punsch. Punsch? Na gut, für uns beide ein Bier. Ein Punsch, zwei Bier? Ist aber ziemlich heiß hier. Ziehen Sie sich doch aus. Danke. Bitte? Na komm, kommen Sie lieber auf. Bitte? Danke. Muss ja nicht jeder hören, was ich Ihnen zu sagen habe. Da haben Sie ganz recht. Ich hatte mich mit Ursula verabredet. Hier. Als sie nicht kam, habe ich angerufen. Aber es war besetzt. Als nach einer Stunde immer noch besetzt war, habe ich den Hausmeister angerufen. Von dem erfuhr ich, dass Ursula ermordet worden ist. Ja. Wo lag sie? Auf dem Bett. War sie angezogen? Ja. Sie sind Freundin. Ja? Kollegin. Ja, wenn Sie so wollen. Nur, ich arbeite hier. Ursula nicht. Sie empfing ihre Kunden in der Wohnung. Sie wissen, dass sie verheiratet war. Ja, ja, das weiß ich. Das habe ich hier alles mitgekriegt. Dass sie im Urlaub war, den Hore kennengelernt hat und dass sie geheiratet hat. In der Kirche. Ich habe hinten gestanden und gedacht, na alles Gute. Wieder mal eine, die es versucht. Was versucht? Na rauszukommen aus dem Job. Sie hat das alles gut eingefädelt. Die Sache mit Düsseldorf, dass sie da wohnt, ihre Mutter wohnt da. Ja, ja, das wissen wir. Sie brachte sogar Geld mit in die Ehe. Er fing sein Transportgeschäft an. Er konnte das Geld gebrauchen. Alles war in bester Ordnung. Wäre in bester Ordnung gewesen. Was war nicht in Ordnung? Na, die Wohnung, dass sie sie behalten hat. Ja, warum hat sie sie behalten? Na ja, sie hat 50.000 Mark in das Geschäft ihres Mannes gesteckt, aber es hat nicht gereicht. Und da hat sie weitergemacht. Ich habe ihr auch gesagt, du bist verrückt. Aber sie sagte, ich tue nicht mehr viel. Nur noch ein paar Leute, die ich gut kenne. Ein paar Mal in der Woche. Das Geld können wir gebrauchen. Wir haben Schwierigkeiten im Geschäft. Ja, wollen Sie sagen, ihr Mann wusste Bescheid? Aber nein, das war's ja. Er durfte nichts erfahren. Nicht das Geringste erfahren. Deswegen sagte ich ja zu ihr, tu's nicht. Aber sie wollte ihm helfen. Obwohl sie das Risiko kannte. Welches Risiko? Na, die Familie von Horre. Als ich die in der Kirche gesehen habe, da war mir eins klar. Die würde der Schlag treffen, wenn sie wüssten, was für ein Kuckucksei sie da ins Nest bekommen haben. So scheißbürgerlich, wie die sind. Nun mal ganz konkret, warum haben sie uns angerufen? Konkret? Vor ein paar Tagen kam Ursula zu mir und sagte, ich habe Angst. Ich glaube, sie wissen es jetzt. Sie haben es herausgekriegt. Irgendwie haben sie es herausgekriegt. Was genau, hat sie gesagt? Sie hören doch, was ich sage. Dass sie plötzlich das Gefühl hatte, den Verdacht hatte, als hätten sie es herausgekriegt. Ihr Mann? Ihr Mann, ihr Mann, alle, die ganze Familie. Guten Tag, wir sind von der Kriminalpolizei. Ist der Horre da? Ja. Ich werde ihm sagen, dass Sie da sind. Ach, bitte einen Moment. Sie sind Frau Wendt, die Sekretärin, ja? Ja. Sie haben noch den Anruf von Frau Horre entgegengenommen. Ja. Wir haben nämlich bisher nur gehört, was Herr Horre dazu sagt. Bitte erzählen Sie mal. Bitte. Danke. Ja, also ich, ähm, es klingete und da habe ich abgenommen. Ich verstand erst gar nichts, weil ich hörte nur Stöhnen. Ja, nichts weiter hat sie nicht gesagt, was passiert ist. Nein, wie gesagt, ich hörte nur der Stöhnen. Ich habe sofort Herrn Horre gerufen. Wo war Herr Horre? Auf dem Hof. Er kam sofort herein. Da war mir natürlich klar, dass er mit seiner Frau sprach. Er war völlig verzweifelt. Kann ich mal stören? Nein, jetzt nicht. Kannten Sie Frau Horre gut? Sie hat hier ihren Schreibtisch. Sie hat mitgearbeitet? Vormittags. Herr Horre wollte nicht, dass sie den ganzen Tag im Büro ist, aber jeden Vormittag, da saß sie hier. Und wo war sie nachmittags? Sie war oben in der Wohnung oder, äh, einkaufen oder Tennis spielen. Ach, sie spielte Tennis? Ja, oder sie ging schwimmen. Wie war das Verhältnis zwischen den beiden? Sehr gut. Sie waren doch erst seit einem halben Jahr verheiratet. Hat sich dieses Verhältnis in der letzten Zeit geändert? Geändert? Ja, gab es Verstimmung und Streit? Nein, also, davon weiß ich nichts. Sie waren immer sehr nett zueinander. Besonders nett, ich meine, so wie man es nicht alle Tage findet. Sie waren, sie waren richtig ineinander verliebt. Von der Wohnung der Pestalozzi-Straße wussten Sie nichts? Nein. Sagen Sie ihm jetzt bitte, dass wir da sind, ja? Bitte. Ich weiß gar nicht, was wir hier wollen. Die Mädchen werden doch meistens von ihren Freiern umgebracht. Das wird auch diesmal so sein. Du, wir wissen noch so wenig. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe Frau Wendt gebeten, draußen zu bleiben. Ist das richtig? Nein. Hat sich irgendwas Neues ergeben? Nein, nichts. Ich habe nur ein paar Fragen. Ihre Frau hat doch 50.000 Mark mit in die Ehe gebracht. Ja. Hat sie gesagt, woher sie das Geld hat? Sie habe es geerbt, von ihrem Vater. Mhm. Sie hat es ins Geschäft gesteckt. Ja, das Geschäft gehörte mir nicht. Ich habe es gekauft. Aber Sie waren in Schwierigkeiten. Ja. Und da hat Ihr Frau Ihnen weitergeholfen. Wie? Ich meine, wie oft, mit wie viel Geld? Sie, sie hat mir wöchentlich Geld gegeben. 1.000, 2.000 Mark. Hat sie gesagt, wo sie das Geld hier hat? Sie mache Papiere zu Geld. In Düsseldorf. Jetzt weiß ich, was es für Geld war. Jetzt weiß ich es natürlich. Es war gottverdammtes Hohengeld. Ihre Wohnung ist hier im Haus, ja? Ja. Ein Stock höher. Können wir Sie sehen? Vielleicht gibt es unter den privaten Sachen Ihrer Frau irgendetwas, was uns weiterhilft. Was sollte das sein? Notizen, Aufzeichnungen, Briefe, Telefonnummern. Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Bitte kommen Sie. Mein Bruder und meine Eltern sind auch gekommen. Na, das stört uns nicht. Das sind meine Eltern. Meinen Bruder kennen Sie ja. Die Herren sind von der Polizeifahrt. Guten Tag. Guten Tag. Polizei im Hause meines Sohnes. Wir sind erschüttert. Meine Frau und ich sind außer uns. Nachdem wir hörten, was da Unglaubliches passiert ist. Mord. Schon das allein. Und dann auch noch die Frau meines Sohnes, eine Prostituierte. Nach mehr kann da wohl nicht zusammenkommen, um meine Familie zu vernichten. Ich habe gerade meinen Sohn gefragt, erscheint das in den Zeitungen und wie? Werden da Namen genannt? Beruhige dich, Vater. Es werden keine Namen genannt. Da bin ich nicht so sicher. Man nennt vielleicht keine Namen, aber man erklärt die Umstände so genau, dass jeder weiß, das kann nur der Horror sein, der mit dem Transportgeschäft. Sehen Sie uns an. Wir sind in der Tat vernichtet. Die ganze Familie ist es. Meine Frau ist karitativ tätig. Ich habe auch einige Ehrenämter. Und was ist jetzt damit? Die können wir zurückgeben. Wegen einer Nutte. Wann haben Sie erfahren, dass Ihre Schwiegertochter eine Prostituierte ist? Wann? Heute? Eben. Ist doch keine zwei Stunden mehr. Sie haben noch gar keinen Verdacht. Wenn ich den gehabt hätte, hätte ich sie sofort hinausgeworfen. Sie waren ja nicht mit ihr verheiratet. Bitte? Auch Sie haben erst heute davon erfahren? Ja, heute. Ich möchte die Frage noch an Sie stellen. Noch einmal? Aber warum? Bitte beantworten Sie meine Frage. Hat irgendjemand von Ihnen schon vorher gebusst oder geahnt, dass Ursula Weimann eine Prostituierte war? Sie hören doch, was wir sagen. Ich hatte keine Ahnung. Die hätte sofort ihre Koffer packen können. Ja, das ist mir klar. Können wir jetzt bitte sehen, wo Ihre Frau möglicherweise ein paar Unterlagen hat? Ja. Danke. Komm mal rein. Haben Sie ihn schon durchsucht? Ich habe nichts angehört. Na, fein. Was, was suchen Sie da eigentlich? Hinweise auf den Täter. Na, dann viel Glück. Wenn das Mädchen von einem Freier umgebracht worden ist, dann können wir die ganze Geschichte vergessen. Ich komme von der Familie nicht los. Ja, nur weil Ihre Kollegin gesagt hat, dass das Mädchen Angst gehabt hat. Na, Ursula Horror hat gesagt, ich habe Angst, dass sie es herausgekriegt hat. Ja gut, unterstelle mir mal, Sie haben es herausgekriegt. Aber deswegen bringen die doch das Mädchen nicht um. Sie hätten sie rausgeschmissen. Das wäre alles, glaube ich sofort. Aber du kannst doch nicht im Ernst annehmen, dass eine Familie, wie spießig und beschränkt sie auch ist, einen Mord begeht. Weiß man nicht. Hast du dir den Vater mal genau angesehen? Ja, und die Mutter ist nicht viel besser. Sie sind sicher nicht das Idealbild von Eltern, aber Mord... Auch nicht im Affekt? Wir sehen uns morgen die Familie nochmal an. Der Reihe nach und zwar ganz genau. Schwung von Frau Laufen DIN 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Tag, Herr Horge! Guten Tag, Grüß Gott! Sie sehen mich einigermaßen überrascht. Ist was passiert? Nein, nichts. Wir müssen uns entschuldigen, wenn wir gestört haben. Haben Sie einen Moment Zeit? Da muss ich mal einen Ingenieur fragen. Soll ich sagen, die Polizei ist da? Sie können auch sagen, aus familiären Gründen, plötzlicher Todesfall. Moment, bitte. Sind die Schreiber für die Messwerte eingeschaltet? Ja, die sind eingeschaltet. Von Trauer keine Spur. Hast du damit gerechnet? Harry, wenn die Familie wirklich etwas mit dem Tode des Mädchens zu tun hat, dann weiß es dieser Mann. Denk mal an das Telefongespräch. Sein Bruder ist verzweifelt, seine Frau ist verletzt, sie stirbt. Sie stirbt ihm am Telefon. Was tut er? Ehe noch der Polizei anruft, da ruft er seinen Bruder an. Das lässt sich darauf schließen, dass er ein ganz besonderes Verhältnis zu seinem Bruder hat. In Ordnung, ich habe Zeit. Was machen wir? Ja, wir reden ein bisschen miteinander. Möglichst unbestört. Wo können wir das tun? Im Büro. Haben Sie. Worum geht's denn? Hatte sie da plötzlich stehen, sah, dachte ich, sie haben den Mörder. Ja, aber so ist es wohl nicht, dass wir... Nein, so ist es nicht, aber wir haben eine Kollegin Ihrer Schwägerin kennengelernt. Eine Kollegin? Ja. Ach schon. Auch eine Prostituierte. Ja, auch eine. Diese Kollegin sagt aus, dass Ihre Schwägerin vor ein paar Tagen große Angst gehabt hat. Angst? Wovor? Na, davor, dass die Familie vielleicht herausgekriegt haben könnte, dass sie eine Prostituierte ist. Ah. Wen, äh... Wen hat sie denn in diesem Zusammenhang genannt? Von meinem Bruder? Nein, sie hat von der Familie gesprochen. Was soll denn das heißen? Ich meine, was schließen Sie daraus? Ist der Mörder, wenn man in meiner Familie zu suchen sei? Nein, ich habe davon gesprochen, dass sie Angst vor der Familie hatte. Ach so. Na gut, dann mache ich mir mal Ihre Gedanken. Bitte nehmen Sie Platz. Wer kennt denn da in Frage? Äh... Ja, der Erste wäre mein Bruder, der fällt weg. Der Zweite wäre ich. Ich fahre leider auch weg. Wieso? Und warum leider? Na hören Sie mal, Sie sind aber gut. Weil ich ein Alibi habe. Und Ihre Eltern? Sie haben die beiden ja gesehen. Sie haben sehr bürgerliche Ansichten. Und mein Vater ist hinter Verteidigung solcher Ansichten nicht gerade kleinlich. Das ganz gewiss nicht. Sagen Sie mal, Sie halten es für möglich, dass mein Vater, ich meine, dass mein Vater ein Familienproblem auf diese Weise aus der Welt schaffen würde? Was macht Ihr Vater? Er ist pensioniert, aber bei der Bundesbahn. Jetzt ist der Hafenmeister in einer Buswerft am Starnberger See. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich lasse mir den Nachmittag freigeben und fahre mit Ihnen raus zu meinen Eltern. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Ja, heute ist nämlich auch mein Onkel da. Da haben Sie den ganzen Verein beieinander. Alles hartgesockene Spießbürger. Wo stehen Sie mit Ihrem Wagen? Hier vorm Tor. Rüttlich fein voraus. Hängen Sie sich dran, ja? Ist gut, ja. So, jetzt ist es stärker noch. Langsam. So, jetzt geh rüber. So. So ist gut. Jetzt. So, jetzt weiter. So, langsam vorsichtig. Kommt du hier rüber ein bisschen. Ja, da. So. So. Das ist Polizei. Für dich. Ja, ich komm gleich. Kommt mal, hier. So, langsam. So. Gehen rein. Kommt gleich. Er ist ziemlich neugierig. Er versucht, ihm ein bisschen Angst zu machen. Sie mögen ihn wohl nicht besonders. Nein. Er hat ihn gerne mal blass werden sehen. Um ihm auf diese Weise etwas heimzuzahlen. Meine Jugend war nicht so besonders. Wissen Sie? Als Vater war er ein Kotzbrocken. Er hat nur eines Spaß gemacht. Schlagen. Guten Tag, Herr Horres. Guten Tag. Sie wollten wir sprechen? Ja, wir möchten Sie fragen, wo waren Sie vor drei Tagen mittags gegen 14 Uhr? Der Err fragt, Vater, nicht ich. In 14 Uhr? Warum gerade 14 Uhr? Da starb Ursula. Aber du wirst nach deinem Alibi gefragt, Vater. Na, das habe ich schon ergriffen. Man schließt nicht aus, dass du der Mörder gewesen sein könntest. Wer ist denn hier verrückt? Das ist nur eine Routinefrage. Routine, Routine. Fragen Sie das im Ernst? Tja, aber Vater, die meinen sowas immer im Ernst. Sie haben auch mich im Betrieb aufgesucht. Ausgefragt. Nach den Familienverhältnissen. Dürfen wir Sie also noch mal fragen, wo Sie vor drei Tagen waren? Mittags gegen 14 Uhr? Ich war... Ja, ist doch kein Problem, Vater. Du warst hier. Du bist doch immer hier. Arbeiter haben dich doch sicher gesehen. Nein, die haben mich nicht gesehen. Nicht gesehen? Ich war mit dem Boot auf dem See zum Fischen. Das heißt also, Sie haben keine Zeugen? Ich weiß nicht, ob mich einer gesehen hat. Und auch nicht, wer es gewesen sein könnte. Ich kümmere mich nicht um andere Leute. Ist aber unangenehm, Vater. Was ist daran unangenehm? Wann sind Sie rausgefahren? Wann sind Sie zurückgekommen? Nach dem Mittagessen gegen eins bin ich raus. Um drei Uhr kam ich zurück. Was berechtigt Sie eigentlich dazu, nach meinem Alibi zu fahren? Ihre Schwiegertochter hat einer Bekannten gegenüber geäußert, dass Sie Angst vor der Familie habe. So. Ja. Angst hat sie gehabt. Mit Recht. Ich scheue mich nicht, das zu sagen. Mit Recht. Was meinen Sie wohl, was ich mit dir gemacht hätte, wenn ich es gewusst hätte, wenn ich es zeitig gewusst hätte? Ich hätte ihr das gegeben, was sie im Leben sicher zu wenig bekommen hat. Prügel. Aber leider haben Sie es nicht zeitig gewusst. Nein. Haben Sie noch Fragen? Ja, ein paar Fragen hätte ich schon noch. Dann kommen Sie ins Haus. Ja. Da bist du ja. Tag, Siegfried. Tag, komm. Die Polizei ist bei uns oben. Polizei? Die Mordkommission. Sie haben Erich nach seinem Alibi gefragt. Nach seinem Alibi? Und der hat keins. Er war zum Fischen auf dem See. Also mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das ist mein Onkel Siegfried. Ich habe es schon gehört. Die Herren sind von der Mordkommission. Ja, das ist richtig. Ist das nicht ein unglaublicher Fall? Geht man zur Hochzeit seines Neffen in die Kirche? In eine Kirche? Man stelle sich das vor. Und wird Zeuge, wie dieser Neffe eine Nutte heiratet. Nicht nur Zeuge bin ich, auch noch Trauzeuge. Ich war immer gegen diese Heirat. Erinnerst du dich, was ich gesagt habe? Eine Urlaubsbekanntschaft. Wisst ihr, wer das Mädchen ist, woher sie kommt, was sie tut? Mutter in Düsseldorf. Warum sieht sich die Frau nicht die Familie an, in die ihre Tochter hinein heiratet? Warum kommt sie nicht mal zur Hochzeit? Ach, sie kam nicht zur Hochzeit? Nein. Angeblich war sie krank. Die wusste, warum sie nicht gekommen ist. Die hat sich einfach nicht hergetraut. Sie waren also Trauzeuge? Ja. Leider. Wann haben Sie denn gehört, dass Ursula Weimann eine Prostituierte ist? Wann hast du mich angerufen? Vor drei Tagen. Gleich nachdem es passiert war. Ich denke, ich falle aus allen Wolken. Wo wohnen Sie? Was sind Sie vom Beruf? Ich wohne in der Herrenhauser. Ich habe da eine kleine Zoohandlung. Warum fahren Sie mich da noch? Ich möchte auch Sie fragen, wo Sie vor drei Tagen mittags, so gegen 14 Uhr waren. Ja, da haben Sie recht. Wenn Sie meinen Bruder fragen, können Sie auch mich fragen. Ich war im Geschäft. Wir machen da eine Mittagspause. Aber um genau 14 Uhr öffnen wir wieder. Wird der Mörder hier gesucht? In der Familie? In der erstes Jahr. Dagegen kann ich eigentlich nicht sagen. Wenn ich das gewusst hätte oder erfahren hätte. Ich hätte schon den Wunsch gehabt, dir den Hals umzudrehen. Oder wie wurde das gemacht? Mit einem Lampenfuß. Geht denn sowas überhaupt? Ach, darf man mal probieren? Nicht doch, lass das. Sag doch, lass das. Warum tust du das? Entschuldige, tut mir leid. Ist er kaputt? Ah, ist ja nichts passiert. Aber es geht. Es funktioniert. Ein ganz schönes Gewicht. Ich setze das Kaffeewasser auf. Ja, da wollen wir nicht länger stören. Ich bringe Sie hier raus. Wiedersehen. Wiedersehen. Du kommst von der Familie nicht mehr los. Nee. Dann nenn mir doch mal einen Grund dafür. Ah, da gibt's mehrere. Der Vater hat kein Alibi. Er kann durchaus das Boot genommen haben. Er ist in die nächste Bucht gefahren, hat es da stehen lassen. Dann fährt er nach München, braucht eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Und dann setzt er sich in seinen Kahn und kommt vom Fischen zurück. Ist perfekt. Das ist doch Spekulation. Ja, ich weiß. Aber wenn man so vollgepumpt ist mit Hass wie der alte Horror und dieser Bruder. Wehe dem, bei dem Sie die Luft ablassen. Aber wir haben doch keinen Grund mehr, gegen die Leute vorzugehen. Wie denn? Womit denn? Ich habe gar nichts dagegen, mal ganz was anderes zu probieren. Gleich morgen früh. Hier ist der automatische Anrufbeantworter des Anschlusses, Ursula Weimann. Wenn Sie ein Bekannter von Ursula Weimann sind, dann hören Sie bitte genau zu. Hier spricht die Polizei. Ursula Weimann ist ermordet worden. Wir sind auf die Mitarbeit aller Personen angewiesen, die Ursula Weimann gekannt haben. Absolute Diskretion ist zugesichert. Wir bitten Sie, sich unter der Telefonnummer 2141-Durchwahl 6574 zu melden. Oder geben Sie, wenn Sie anonym zu bleiben, wünschen Beobachtungen, die möglicherweise für uns wichtig sind, auf dieses Band. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Bitte sprechen Sie jetzt. Wenn sich da jemand meldet, friss ich einen Besen. Abwarten. Ja, würdest du dich melden? Ja, ich würde mich melden. In die Familie, aus Kinder? Habe ich ja nicht. Ah ja. Das Ding bleibt tot, sage ich dir. Außer, ich gehe jetzt. Alles klar. Danke, Herr Braun. Harry, das war keine gewöhnliche Straßennutte. Also, ich glaube nicht, dass Ihre Kunden das... Nee, nee, das war keine Laufkundschaft, glaube ich nicht. Also, ich weiß nicht. Da wollen wir nicht abheben. Nein, lass. Er muss sich gut überlegen, was er tut. Jetzt sage mal, ich bin klar. Komm, lass ihm Zeit. Wenn wir jetzt dazwischen gehen, da liegt er auf, da bin ich sicher. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Bitte sprechen Sie jetzt. Sie haben wohl eine Meise, wa? Wir müssen einen Anwalt beauftragen. Aus der Sache nie wieder raus. Guten Tag, Familienrat. Was führt Sie denn wieder hier? Immer noch dieselbe Sache, der Todesfall in ihrer Familie. Todesfall in unserer Familie? Macht Sie sich lustig über uns? Nein, ich untersuche den Mord an Ihrer Schwiegertochter. Diese Frau ist nicht meine Schwiegertochter. Die Familie hat mit dieser Frau nichts zu tun. Gehört nicht dazu. Ist das auch Ihre Ansicht? Natürlich. Ich habe Ihren Sohn gefragt. Weswegen sind Sie hier? Und weswegen Sie? Das ist einfach zu sagen. Ich wurde angerufen. Sie wissen anscheinend nicht, was los ist. Die Presse hat längst herausgekriegt, wer diese Ursula H. ist. Sie rennt meinem Sohn die Bude ein, sogar mir. Aber ich wurde angerufen. Ob das stimmt, dass wir eine Nut in der Familie haben? Und darüber sprechen wir eben. Was man dagegen tun kann. Ob man vielleicht einen Anwalt einschalten soll, der sich im Namen der Familie distanziert. Dann sollte sich Ihr Sohn aber erstmal den schwarzen Anzug ausziehen. Das sage ich ihm auch. Die ganze Zeit sage ich ihm das schon. Warum trägst du das? Dazu besteht kein Grund, keine Veranlassung. Das fehlte noch, Trauer tragen. Mögen Sie nicht, was? Nein. Was wollen Sie eigentlich hier? Weswegen sind Sie gekommen? Sie sollen mir zeigen, wo Sie gefischt haben. Na gut, wollen Sie. Geht Ihnen das Flitzchen so nahe? Moment mal, hier ist ein Mensch ermordet worden. Das sollte auch Ihnen nahe gehen. Sie sind doch Polizist. Sie sind doch dazu da, für Ordnung zu sorgen. Und nicht nur für Ordnung, sondern auch für Einhalten der Moral. Oder sehe ich das falsch? Was ist das? Einhalten der Moral. Was ist das? Also was wollen Sie sagen? Dass es doch eigentlich keine Rolle spielt, ob so ein Mord aufgeklärt wird oder nicht. Spielt keine Rolle, ja? Ja, das meine ich. Es wird auch einen Unterschied bestehen zwischen einer Familie, die sich nie was hat zu Schulden kommen lassen, und einer Hure. Ja, das ist eine weitverbreitete Ansicht. Sagen Sie, machen Sie mir da einen Vorschlag? Ich stelle Ihnen nur anheim, sich ein paar Gedanken zu machen. Ja, Gott, überlege Sie doch mal, mit welchem Betrieb die sich bei uns eingeschlichen hat. Denken Sie mal darüber nach. Überlegen Sie. Was soll ich überlegen? Ob es richtig ist, so hinter einer ehrenvollen Familie herzurennen, wie Sie das tun. Oh, hier. Da habe ich gefrischt. Na, dann rudern Sie mal wieder an Land. Ich will wissen, ob sich jemand gesehen hat. Wie Sie wollen. Er hat ein Alibi. Dann hat er ihn beim Fischen gesehen. Na, dann können wir ihn abhaken. Auch einen? Ja, gerne. Doch. Die haben damit zu tun. Harry, da stehen Sie. Horace, sein Vater, sein Onkel. Sie reden, danke. Sie gestikulieren. Sie besprechen die Lage. Und dann sehen Sie mich und, ja, auf einmal sind Sie nervös. Sie sind irritiert und, nee, nee, ich bleibe dabei. Die Familie hat Sie umgebracht. Ja, Klein? Wer ist da? Der Anrufbeantworter hat offenbar funktioniert. Ja, Derek? Ja, ich verstehe. Wollen Sie herkommen, oder? Ja, ist gut. Ja, sofort. Erst jetzt durch den Anrufbeantworter gehört, was passiert ist. Ich, äh, ich kenne das Mädchen. Ich bin, äh, na ja, einer Ihrer Kunden. Ja, ich verstehe. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen und es ist ziemlich dringend. Wollen Sie herkommen, oder? Nein, nein, kommen Sie zu mir. Ja, ist gut. Mein Name ist Stößel, Linkenstraße 5, Grünwald. Kommen Sie sofort? Ja, sofort. Ja, denn nichts will los. Die nächste Querstraße links muss es sein. Fahre mal links ran, ich glaube, das ist es schon. Ja, Nummer 5. Ja, bitte, wer ist da? Derek ist mein Name. Ja, ich komme. Guten Abend. Stößel. Guten Abend, Herr Stößel, das ist der Kleine. Grüß Gott. Sagen Sie, wollen wir hier, oder wollen wir vielleicht woanders mit ihm reden? Nein, nein, bitte, meine Herren, kommen Sie. Danke schön. Bitte, meine Herren. Danke. Lilly, das ist Herr Derek und Herr Klein, meine Frau. Guten Abend. Grüß Gott. Guten Abend, meine Herren. Soll ich dich hinausbringen, Lilly? Nein, 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 du weißt, ich bin sehr interessiert. Ich möchte gerne hören, was du mit den Herren besprichst. Ja, aber dazu müsste ich eine Erklärung abgeben. Tu es. Meine Frau weiß, dass ich ab und zu ein junges Mädchen aufsuche, eben Ursula Weimann. Ich tue das mit ihrer Billigung. Mit meiner Zustimmung, ja. Auf meinen Wunsch hin. Die Gründe dafür liegen in meiner körperlichen Verfassung. Ein Autounfall vor vier Jahren. Ich verstehe. Wann haben Sie gehört, dass Ursula Weimann tot ist? Ich habe es in der Zeitung gelesen. Ich kannte den Namen und war ganz erschüttert. Mein Mann war für ein paar Tage verreist, er kam es gestern Abend zurück. Ich sagte es ihm. Er wollte es nicht glauben. Ich habe Sie sofort angerufen und hörte am Anrufbeantworter, was Sie hinterlassen haben. Aber bis heute Mittag hatte ich keinen Grund, Sie wieder anzurufen. Und den haben Sie jetzt? Ja, ich bekam heute Mittag einen anonymen Anruf. Ein Mann versuchte mich zu erpressen. Zu erpressen? Was sagt er? Nun, ich sei einer der Kunden der Prostituierten Ursula Weimann. Er sagte, er sei Besitz ihrer Aufzeichnungen und fragte, wie viel mir die Sache wert sei. Ich wollte schon wieder auflegen und da kam mir plötzlich der Gedanke, dass der Anrufer vielleicht der Mörder sei. Sehr gut. Und weiter? Ja, ich unterhielt mich mit dem Mann und fragte ihn nach seinen Forderungen. Er wollte 10.000 Mark. Und? Sind Sie darauf eingegangen? Ja. Der letzte Anruf war vor ungefähr einer halben Stunde. Er wollte, dass ich das Geld in einen Briefumschlag stecke, diesen Umschlag in der Hand halte und zum Wald in Richtung Friedhof gehe. Er wollte sich auf diesem Wege irgendwo an mich wenden. Er warnte mich noch davor, die Polizei einzuschalten. Wann sollen Sie losgehen? Um 22 Uhr soll ich das Haus verlassen. Nach fünf Stunden also. Würden Sie die Stimme des Mannes wiedererkennen? Nein, es war zu undeutlich. Auf ein paar Sprachen durch ein Taschentuch. Ja, ja, ja. Junger Mann, alter Mann, können Sie das sagen? Nein. Darf ich mal telefonieren? Ja. Bitte. Danke. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe keine. Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Sobald Sie das Haus verlassen, passen mindestens 20 Leute auf Sie. Wir haben Sie überall postiert. Bleibt jemand bei meiner Frau? Ja, Herr Klein. Also, ich gehe jetzt los. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut. Er geht gleich los. Ist etwas aufgeregt? Nein, nein. Pass auf dich auf. Das ist etwas aufgeregt. Er geht die Straße entlang. Wo übernehmt ihr ihn? Bei der Gärtnerei. Wir sehen ihn schon. Irgendwas Verdächtiges? Ein Autopark, Karrierein. Jetzt kommt ein Mann. Polizei, gehen Sie langsam weiter. Jetzt geht er nach links in den Wald. Sie verfolgen jeden seine Schritte. Er ist nicht in Gefahr. Machen Sie sich keine Sorgen. Wissen Sie, er hat das Mädchen sehr gern gehabt. Bleiben Sie stehen. Dann kommt jemand aus dem Gebüsch. Geht auf ihn zu. Dann los, alles absperren. Alles absperren jetzt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Dann los, alles absperren. Ab! Das Notizbuch von Ursula Weimann. Namen, Adressen, Telefonnummern, alles aufgeführt. Auch die Summen. Ja, sie war ordentlich. Eine Nutte, die ordentlich war. Wo haben Sie es her? Ich fand es in der Wohnung meiner Schwägerin. Habe es an mich genommen. Ist mir angesehen und kam auf die Idee, ein bisschen davon zu profitieren. Ja, von Leuten, denen sowieso dahinter zittert vor Angst. Und denen das bisschen Geld nicht viel ausmacht. Er hat sie ehrlich bedient. Er hat die Seite rausgerissen und ihnen zugeschickt. Tja, es war sicher ein Fehler. Aber da konnte ich einfach nicht widerstehen. Sie haben anscheinend keine große Angst. Wovor auch? Das bisschen Erpressung. Erpressung? Für mich sind Sie der Mörder. Mörder? Ja, jetzt denken Sie mir mal ein bisschen nach. Ursula ruft meinen Bruder an. Schwerverletzt. Und er ruft sofort mich an. Nein. Er lässt mich anrufen. Durch seine Sekretärin. In derselben Sekunde. In meiner Wohnung. Und ich bin am Apparat. Mal bitten Sie. Er hat recht, Stefan. Moment mal. Ja, was suchst du denn? Das Tatortprotokoll. Bring ihn raus. Was gibt's denn? Ari, es ist bisher von der Annahme ausgegangen, dass Ursula Horr während des Gesprächs, dass sie mit ihrem Mann geführt hat, gestorben ist. Ja. Also mit dem Hörer in der Hand. Ja. Aber was hat man dem Hörer gehört? Ja, was denn? Da steht's das Amtszeichen. Aber um das Amtszeichen zu hören, da hätte sie doch gleich im Gespräch erst einmal den Hörer wieder auf die Gabel zurücklegen müssen und dann erneut abheben müssen. Warum kommen wir da jetzt erst drauf? Ja, das frag ich mich auch. Sie ist nicht während des Gesprächs gestorben. Man hat sie erschlagen und dann hat man ihr den Hörer in die Hand gedrückt. Ja, und wer hat Horr angerufen? Was? Was gibt's denn? Bitte kommen Sie runter und schließen Sie das Büro auf. Kommen Sie herein vor Rend. Frau Wendt? Bitte. Wo stand der Apparat? Auf meinem Schreibtisch. Es klingelte also und Sie holen den Hörer ab. Ja. Bitte setzen Sie sich und tun Sie es. Was hörten Sie? Stöhnen. Jemand stöhnte. Stöhnte entsetzlich. Haben Sie die Stimme erkannt? Nein. War es die Stimme eines Mannes oder einer Frau? Das war nicht zu unterscheiden. Haben Sie gefragt, wer da ist? Ja, mehrmals. Ich rief, hallo, wie ist da? Keine Antwort. Nur das Stöhnen? Ja, nur das Stöhnen. Ich wollte schon auflegen, aber da sah ich Herrn Horr auf dem Hof. Wo war denn Herr Horr gewesen? Er war über Mittag nicht da. Hat er gesagt, wo er war? Nein. Zum Essen nehme ich an. Er war also nicht da. Wie lange war er weg mittags? Etwa eine Stunde. Bitte. Bitte kommen Sie einmal her. Sie riefen also Herrn Horr herein. Herr Horr nahm den Hörer und Sie hörten, dass er mit seiner Frau sprach. Sie mussten also annehmen, dass es Ihr Stöhnen gewesen war, das Sie gehört haben. Ja. Es kann nicht Ihre Frau gewesen sein, Herr Horr. Ihre Frau war tot. Sie hatte zwar den Hörer in der Hand, aber keine Verbindung. Es war nur das Amtszeichen zu hören. Wer also war am Apparat? Bitte. Was ist? Er hat gestanden. Dann, äh, brauche ich ja auch nicht mehr den Mund zu halten. Nein, das brauchen Sie nicht. Hast du alles gesagt? Ja, alles. Aber ich höre es auch gerne nochmal von Ihnen. Haben Sie Platz, bitte? Danke. Also? Er war misstrauisch geworden. Das Geld jede Woche. 1.000 Mark, 2.000 Mark. Er rief in Düsseldorf an. Ihre Mutter war im Altersheim. Wusste überhaupt nicht, dass sie ihre Tochter geheiratet hatte. Da hat er Ursulas Sachen durchsucht und fand... Das da. Tja. Er ahnte schon alles. Er ging ihr nach. Er kam in die Pestalozzi-Straße. Und hat es ihm die Wahrheit gesagt. Er hat dann einfach durchgedreht. Er muss besinnungslos gewesen sein vor... Enttäuschung. Vor Wut. 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 Als er wieder zu sich kam, war es passiert. Er rief mich an und sagte Alfred, ich habe Ursula umgewarnt. Was soll ich tun? Ich fuhr sofort los. Hin zu ihm. Da habe ich gesehen, was da passiert war. Er wollte sich selber umbringen. So verzweifelt war er. Dann zeigte er mir das Notizbuch. Dann habe ich noch einen Ausweg gesucht. Entschuldigung. Die Freude. Er war immer noch nie. Das war es. Er hat etwas über. Das war es. Er war wieder. Er war es. Ich kann ihr meinen Schenken auswächeln. Komm, komm, du machst jetzt folgendes, du fährst jetzt nach Hause und ich fahre nach Hause und dann werde ich dich im Büro anrufen, aber pass auf, dass du nicht selbst am Apparat bist, die Wendt muss es sein. Ich werde stöhnen, sie wird dich holen, dann nimmst du den Hörer und sagst, Ursula, bist du's? Was ist denn los? Ich kann dich nicht verstehen. Bist du verletzt? Wo bist du? Und dann sagst du, Pestalozzi, Straße 5b, 3. Stock, Weimann. Und denk daran, die Wendt muss deine Zeugin sein, sie muss bestätigen, dass du mit deiner Frau gesprochen hast, die am Telefon stirbt. Auf den Eindruck kommt es an. Und dann sagst du, der Wendt, sie soll mich anrufen, ich soll an die Pestalozzi-Straße kommen, danach soll sie die Polizei verständigen und den Arzt. Und wenn du das alles richtig machst, dann sind wir raus aus der Sache. Womit sie auch beinahe Recht gehabt hätten. Wenn das nicht gewesen wäre. Womit sie auch beinahe Recht. Musik Musik Musik